fackeln setzen ich weiß nicht woran das licht also sonst lief dieser service jetzt immer sehr gut in der guter dinge ist vielleicht ist er sich gerade noch am kriegen dran wird schon gehen also wir werden es überleben das hast du so in meinem jugendlichen leichtsinn überleben sie immer so eine sache dort haben wir jetzt an steinen zweieinhalb sechs so richtig was großes daraus bauen kann man da noch nicht mehr kann ja klein anfangen hauptsache wir wollen nicht mehr diesen erdloch da unten also manchmal ist ja der anfang von manchmal immer spannend ist dann manchmal ist aber auch das langweiligste ich weiß nicht also sehr zwiegespalten ja wovor ich immer ein bisschen bammeln habe ist bei minecraft so dass ich dann irgendwann an den punkt kommt wo ich mir denke ich bin jetzt was mache ich denn jetzt und dann stehe ich da so rum das ist so was wo ich keinen bock drauf habe war was aber oft passiert das ist mir noch nie passiert also so deswegen bin ich dann auch immer froh drum also wobei ich aber im vorausstand sagen muss so erhofft euch da nicht immer so viel davon wenn ihr irgendwelche ideen oder sowas dann einfach so in die kommentare reinhaut und wenn da irgendwas cooles dabei ist dann schreibe ich es mir irgendwie raus oder merkt mir das und dann kann man da dann ganz cool darauf zurückgreifen wenn man wirklich gerade selber keinen einfall hat richtig das problem ist natürlich dass ich die einfach die ich habe ja auch noch für meine normalen singleplayer brauche und ich alles hier mit einfließen lassen kann toll mein chip ist kaputt ja sicher ich meine aber trotzdem also gibt ja auch sachen die man vielleicht ein paar besser zu zweit machen kann so das ist wahr wurde dann so viel fahren muss oder so dass das einfach für den singleplayer schon nahezu unrealistisch erscheint also bei manchen ideen also wir sind übrigens auch dazu geneigt vielleicht kann man hier an der stelle schon ein bisschen spoilern für wirklich aktionen die wirklich eigentlich unmöglich sind zu fahren dass wir da hier ab und an vielleicht sogar mal zwischenzeitlich auf einen creative mode dann umsteigen also aber wirklich dann nur so ausnahmen wo man wirklich dann nicht anders kann wo man sonst etwas ich vier folgen lang durchfahren müsste um dann irgendwie oder noch länger oder ihr wisst schon was ich meine das kann man denn zum beispiel mal so als beispiel wenn ihr jetzt zum beispiel so hast du kohle hast du kohle abgebaut ist gut ich wollte ich ja sag mal ein beispiel was man zum beispiel im creative mode machen könnte dann große kathedrale ja richtig so mit diamant blöcken und hast ja nicht gesehen und alles sachen die man halt nicht mal eben so erfahren kann die halt so gar unmöglich scheint so 70 blöcke hoch 80 blöcke breit und tatsächlich richtig so was könnte man dann wenn man das unbedingt bauen wollen würden dann im creative mode machen also da sind wir auch jetzt nicht abgeneigt dazwischendurch zu machen auch entschieden an sich mal ungern gesehen wird aber für so ausnahmen finde ich das persönlich eigentlich in ordnung mich ist voll die schatten nähe die mich ein ärger ist dass hier nicht mal ein cave oder so kommt pass auf jetzt kommt einer weil ich aber das hat den jetzt hier jetzt habe ich auch die schatten hau ab ich hatte die ganze zeit nicht irgendwann stimmt hier nicht wenn man so mal nicht mal eine fackel hinsetzen ich hasse das wenn man nur ein dinge zum graben hat hat ach so ja dann gehe ich wieder ich wollte eigentlich nur noch drei kohle haben auch drei kohle ja hier dann gebe ich die hälfte nur deswegen oder komme ich brauchte kohle ich habe alles schon verbraucht tut mir leid aber ich habe noch kein eisen gefunden da war ich vorhin richtig fix ja ich würde mich aber darüber freuen mal im ganzen rumgebuddelt hier gleich mal irgendwie man cave zu finden aber jürgen wie du hast das ganze eisen verbrauch gehabt hast du gesagt ja für die werkzeuge die werkzeuge die du die ganze benutzt ich hoffe ich schon kaputt ich hoffe doch willst du meine haben ist gut ich habe jetzt steinschaufel mal eben schnell kannst du mal hochkommen weil es wird so langsam wieder dunkel draußen also mach noch ein paar blöcke aber ja scheiß weiß hier unten wird das nicht dunkel oder es ist die ganze zeit dunkel jetzt habe ich jetzt schon wieder hier mit den schatten ne da irgendwie auf einmal ein gravelblock dann ein steinblock ist ja kommst du hoch zum schlafen oder du buddelst noch ich sehe es ganz genau ich habe nur eine fackel gesetzt aber zugemacht muss ja alles seine richtigkeit haben wir ja allerdings ist ja schön dass sie sogar wiese jetzt unter unseren blumen unter unserem nachttopf hier ich hasse das wenn ihr keine treppen sind ja aber welche können wir den stein noch für andere sachen gebrauchen fange ich noch nicht an treppen zu bauen wenn du siehst was ich oben mit stein gemacht habe dann haust du mich sowieso ich bin gespannt ich habe nur ein paar öfen gebaut ich brauchte ein paar was geht da noch ist denn alles glas ist er am machen boah er denkt mit alter da wäre ich ja da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht aber wirklich nicht fürs haus brauchen oder glas oder ich dachte mir vier stecks reichen dann schon meinst du wofür ich meine schippe verbraucht habe so holz ich habe da nichts zum reintun gerade ich bin versamen übrig die kann man aber jetzt weiß ich jetzt weiß ich was noch fehlt im moment also irgendwie ein bisschen kacke der cave eingang hier so hier endlich so kann ich mich endlich mal waschen hier schönes bad nehmen oder ist aber fehl wenn ich jetzt hier war der gedanke war so oder das ist ja irgendwie bist du blöd das ist ja auch doof jetzt können wir nicht mehr da hinten sitzen ist da sind ja sachen drinnen was willst du machen man das ist mir alles so grenzwertig hier so schön springen und so der kiste und dann war und er war wieder gesehen so wollen wir schlafen oder ich esse mal kurz weit vom schlafen gehen ach so das ist eine gute idee also schlafen rein pfeifen ja wie sagen ja kann ich mal was trinken wenigstens nachts morgen meine kinochen tun mir den ganzen tag gearbeitet natürlich war nicht so an ja und noch mal bad nehmen ich war unten im bau ich weiß ich nicht ich habe auch vorhin das erste mal geangelt beim sepp hier auf dem server ich bin ein totaler angelnoob ist das nicht ich wollte gerade das da hinsetzen so fach hat ein baum was denn das ist doch nur deko es explodiert und ist der keil für unten und der baum schießt darauf auf BOOM findest du nicht gut hat was gewisses aber ungewohnt doch lass das ist gut so mein sohn rennt draußen rum ich habe jetzt unheimlich viel stein und bla warte mal ich gebe dir einfach mal willst du das ganze ding nur stein bauen und auch ein bisschen holz wenigstens ja wir können ja auch ein bisschen holz nehmen aber ich habe erstmal dazu die grundlage vielleicht so ein bisschen ach so ja dann sollen wir da oben eine grundlage schaffen jetzt ja ich will jetzt hier nicht der entscheider sein oder so was also das können wir jetzt machen ist gut aber nicht wollte ich die scheiße ist halt ich wollte hier noch ein stück von runter damit wir eine größere fläche haben aber das ist wieder so viel aufwand ne ach was kommt direkt kann man auch mal gebrauchen aber nur eine reihe runter ja oder was naja klar ich sehe mich an sehr spannende arbeit irgendwas zu begradigen naja aber da muss man also ich habe immer ich habe aus fehlern gelernt sagen wir mal so am anfang nur mit dem zu arbeiten was man hat und mittlerweile denke ich mir kommen da machst du dir halt mal ein bisschen mehr arbeit dafür sieht das hinterher aus naja meistens sieht mein erstes haus mal müll aus und da wohne ich dann immer die ganze zeit drin und ach so wenn du danach gehst weil mir sehen alle häuser müll aus dann denke ich mir immer ach baust du mal ein großes und ziehst dann um aber irgendwie wohne ich jetzt schon seit 23 folgen in diesen scheiß haus da mittlerweile ist ja das untere stockwerk von meinem haus also ich habe auch mal zwei stockwerk gebaut und das untere ist ja zum monsterfalle geworden also ich habe den killing room quasi in meinem haus reingebaut weil ich mal gerade einfällt ist wo ich hier gerade mal habe ich wollen letztens ja da war ich in seinem raum mit gelben boden und da war so ein schalter und dann habe ich den umgelegt und habe ich irgendwelche vorgänge hören können aber nicht nachvollziehen können was jetzt genau passiert ist was ist da passiert was raum mit gelben boden und da war schalter links an der wand oder was ja normalerweise geht dann oben das licht an ok aber ganz schön laut dafür dass im prinzip nur licht ist was da angeht und die ganzen pissen so was ich weiß nicht was ich da oben alles tut und dann geht das licht an ja da wird halt das holz weg gezogen dann wird der glowstone da hingeschoben und das dauert halt gerade ich habe mir gerade eine gemacht aus stein jetzt hast du gesagt hätte ich dir eine mitgebracht aber jetzt ja meine ist dann gerade kaputt gegangen jetzt bin ich schon wieder hier oben machte lieber eine ohne brauchst du ewig ja ich wollte mich quasi auf dem rückweg die reihe noch mitten gehen und wenn du ewig brauchst dann ist das schlecht weil dann brauche ich mich auch länger da ist was dann da sind wir schon so unreiner ich höre bei dir die grabgeräusche ja die grabgeräusche hier auf dem friedhof gibt es grabgeräusche ne ich meine so über deine über deine lautsprecher laut ich höre mit kopfhörern aber es ist alles dann höre ich über deine kopfhörer mein mikrofon ist doch scheiße empfindlich das ist total lässt sich da richtig zudrehen ne bumm 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 zuerst am hauge eigentlich ist das ist das gar nicht so laut ich höre das kaum aber das mikrofon ist echt empfindlich deswegen will ich mir jetzt auch ja auch mein plan aber erst mal gucken ich habe noch andere sachen die halt auch geld kosten die ich mir holen wollen würde wie gesagt wir haben ja drüber gequatscht mit der größeren festplatte und hast nicht gesehen und so ja das sind die tippe und so ein podcast bundle da ist kostet 119 euro das geht eigentlich für den großen und der soll von der zukünftige richtig gut sein also ach der kollege von mir also hier der auch mts oft ist ja der snow pvp muss echt irgendwann auch das ist sobald der war wohl auch der games kommen auch auch wieder eine sache wo das gleiche kommentare reinhauen könnt weil ich weiß nicht mehr wie das heißt da kommt wohl irgendwann mordsmäßiges hitze raus mit 10.1 oder sowas was richtig geil sein soll also auch komfortabel und so und ich habe momentan hat rocket cave das liegt auch richtig schön auf ohren also bisher zwar letztens kaputt gegangen aber ich habe es umgetauscht und dann auch neues gekriegt ich würde es auch immer wieder neu nehmen ich habe ein logitech komfort oder sowas ist total es hat eine ganz gute qualität aber sehr empfindlich wie man halt hört war viele schwer mehr so für das g35 das ist das wo man ein bisschen doch die sonst verzerren kann ja genau wo dann ja eher tief anlass ich sehen und ich für meinen teil finde das total unbequem das ist also eins von den headsets viele können da wieder nur zustimmen und sagen ja das ist scheiße wo der dann irgendwann auf die ohren wehtut wenn er länger anders so das habe ich beim rocket cave zum beispiel gar nicht ich hatte noch nie irgendwo probleme damit damit irgendwann dann auf dem kopf irgendwie unangenehm wird oder so ich finde das ist halt mega bequem ja ich komme das reicht erst mal beim platz das ist schon wieder sagt jetzt die zentrale mitte ich habe das neue jetzt weil ich keine bohke nach unten zu laufen wegen der schaufel so wir gucken jetzt warte mal die reihe muss noch weg hier was sind denn für eine gerade der wand eigentlich ich muss mal ganz schnell darüber rennen weil ihr möchtet das verzeihen 18 19 20 21 21 und wir wohnen zu zweit ja ja da brauchen wir schon ein bisschen platz 2 3 4 5 interessant 21 das ist wirklich praktisch finde ich wenigstens nach hause ich fahre auf mich sonst immer ich habe zwar schon mal die minimap drauf aber ich vergesse mal weg zu setzen ja ich hatte wir hatten ja früher auf dem server dann halt mit mit spawns ach mit mit tp und so also mit portpunkten so könnten wir hier auch machen sieht das nach einer angenehmen angenehmen größer aus hier sagst du denn ich bin weit weg von hier aus ist ganz gut aus ja ich weiß nicht man kann ja richtig dann habe ich halt auch gedacht ich dachte erst mal so das ist doof lassen über was kleineres machen ich kann die schweine nicht töten ich muss das kann man sagen ja ich habe ich überlege auch nur also ich habe es nicht deswegen hier gerade in die gehalten ich überlege gerade und beim überlegen was ist das denn baum hier den gepflanzt hast du hinten bäume gepflanzt ich habe keine bäume das ist dann hier auch noch mal kaputt ich glaube da ist ein vertrockneter sapling glaube ich auf den sand oder was ja 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 da wachsen vertrocknete sachen das ist normal schlecht kennst du gar nicht mehr aus oder war jetzt schon wieder so lange her also früher richtig